Das ist hart. Dann nehmen wir ein Archivment hier. Mal hier irgendwie noch was Neues dazu bekommen? Nö. Das ist hart. Das ist mega hart. Na ja, na ja, na ja. Da ist keine Monster nachspawn dort. Heben wir das mal hier auf. Ja, gebe ich dir sowas von Recht. Ich weiß noch nicht mal, ist die Melodie überhaupt aufgetaucht? Weil ich das ja jetzt hier verändert habe. Ich habe gerade das Headset eingemacht, kann ich dir nicht sagen. Kein Problem, kein Problem Marc. Schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Was macht das Häusle bauen? Das ist ein Schlafen. Müde. Ach ja, zwei Zimmer noch. Krass. Bist du hier richtig fleißig? Echt nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Ich glaube, ich muss hier mal eine neue Kiste hinstellen. Ich bin voll. Ui. Was für ein Käse, ey. Du kannst mal gucken schauen, ey. Das kommt halt durch dein Zuschauen. Die Frage könnte ja auch Alizea oder Fianna beantworten. Die haben schon Musik hören. Dieses Kuchen könnte es vielleicht sagen. Aber wenn der gerade was anderes macht, dann ja. So konnte er das nämlich nicht hören. Doch, die Bärchen sind schon wieder fertig. Mist. Die Bärchen lassen mich nicht in Ruhe. Das kann man auch machen. Man könnte es nochmal abspielen. Witt. Witt, witt. Tralali, tralalo. Ach so, ja stimmt ja. Einen Sound habe ich nicht gehört. Hm. Muss ich da nochmal nachgucken. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Weil eigentlich hätte er ja das machen müssen. Aber eigentlich und uneigentlich. Das ist immer so die Sache. Eh, lässt du mich da mal durch? Zack. Ne. Zack. Und... Leuchtsturm. Wando. Und das... Das... Erhörst du nicht davon? Okay. So. Zack. Oh, wieder 116. Das ist gut. Ist der? Was ist hier denn? Dieses... Dieses... Spiritualismus. Was ist denn das hier? Grabumrandung. Aha. Was? Stufe 8. Hm. Sind ja wohl geil. Hm. Hm. Ex... Exquisites Schreiben. Interessant. Spitzentüger. Na ja, so spitz ist der nicht. Professioneller Heiler. Äh. Trickheit und so. Hey. Dafür brauche ich erstmal das andere. ok. Okay. Ehhh. Mababababababaaa. Und das ist leicht... Ein... Es wird... Nur das Gedudel vom Spiel. okay ich auch nicht ich glaube dafür machen die entwickler das ist ja das klingt doch super 95 prozent die shop hier aber schön freut mich lange bis jetzt daran am werkeln stehen irgendwie nicht mehr auf schnaps hier fürchterlich ich glaube ich muss hier mal wieder eine party schmeißen machen wir wieder mehr zeit nach ist mache ich im rest machst du mit geduld also irgendwie da ist es dann so in zehn jahren fertig oder morgen habe ich alles mit geduld gemacht circa ein jahr weiterfall da auch schon so lange nicht schlecht zack so ein neger ist mich durch dabei ist nötig von nöten er hat es sich selber ausgesucht mitleid ist nicht nötig wenn man ein haus hat wird man nie fertig wenn es abgebrannt ist ist es fertig ich sehe er ist schon am meckern wegen wasser wieder denn wollen wir doch mal ein bisschen wasser erhöhen so mal wieder so ein bisschen weizen mitnehmen ich will gar nicht du stellst nur fest nie du nicht bleibst bei mir ein eimer musste noch so ein bisschen wasser ist wieder da das würde ich nie machen alisea das würde ich nie machen ok mark marks erster arena fight und jeder haut ihm voll auf die fresse ich bin schon tot das einfach mal so schatz du bist schon tot ich kann ja nur veganer gewesen sein die mich umgebracht hat ich habe mich gerichtet immerhin Also, viel Eindruck, ich wollte ja jetzt hier ein AI Package nach dem Mann ein, ne? Boah, Fianna hat schon wieder gewonnen, alter Falter, ei, 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 unfassbar, das war ja mal ein Getümmel am Anfang, ey, kannst du mal gucken, schon, je mehr da sind, umso besser. So, haben wir das, 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 jetzt, einmal kurz hoch zum Flüchtlingslager gucken, es müssten jetzt, glaube ich, ja, fast 6 da sein, und mal kurz gucken, ah, Wohnzell, brauche 4 davon, 2 davon, kann das jetzt 4 oder 5, hier. Der spielt keinen Sound mehr. Mal kurz rüber gucken, ne, ist aber auch nie ausgestellt. Hm, äh, ist rausgekickt. Sehr, sehr merkwürdig, muss ich da nochmal anpassen. Warum da nicht ausgelöst wurde? Da hätte ein Sound gespielt werden müssen. Weiß der Geier, was da wieder los ist. Die sind bestimmt wieder Windows. Mittlerweile kenne ich die meiste Schuld echt nur noch Windows geben. Immer wenn so, nach so einem Update spinnt das ganze System herum. So, 4 Stück davon. Dann machen wir mal 4 davon mit. Äh, brauche ich sonst noch was? Äh, Flüchtlingslager. Ich glaube nicht, und wenn, dann muss ich es nochmal holen. Ich habe nur die 2 Sachen mir gemerkt. Nein! Boah, wie viele Dinge muss ich denn noch bauen? Dann passt da auch nur immer so 1 hin, ne? Ja, war eine schöne Klopperei. Okay. Richtig gut, äh, mal alles rauslassen zu können. Dachte mal, das sieht anders aus bei meiner Frau. So, wo ist denn der Kollege? Mit dem ich hier noch quatschen muss. Alter, da läuft er, da läuft er, da läuft er, da läuft er. Alter, Arschgesicht, komm zurück, ich will mit dir quatschen. Wiederwärtige Pissnögel, komm her. Alter. Jetzt, da wir wieder freie Plätze haben, können unsere Feinde dem Feuertod der Inquisition entkommen. Ich habe, äh, dreien von Ihnen Briefe geschrieben. Hoffentlich werden Sie diese Gelegenheit nutzen. Wenigstens ist dieses Lager freundlicher als eine Gefängniszelle. Es hat zwar nicht den Luxus, den Sie gewohnt sind, aber die frische Luft und das saubere Brunnenwasser sind auch nicht zu übel. Erlange eine Lagergröße von sieben Leuten. Die Leute leben wie Sklaven und merken es nicht einmal. Wie konnte das passieren? Ich habe immer diese Gewalt. Bisschen Liebe, Blümchen und so. Äh, wir haben uns doch alle lieb. Nur manchmal muss mal was raus. Äh, wieso Umarmungen und Liebe machen? Äh, also Liebesding, ne? So, so Herzen, ne? Das haben wir hier auch im Angebot. Wegen dem Hexerauge. Markies, ich muss mir etwas von dir ausleiten. Das Hexerauge. Ich muss bestimmt wieder was dafür machen. Alter, ich hatte dir davon erzählt, nicht wahr? Ich hätte diesem Schuft nicht mein Geheimnis anvertrauen sollen. Ja, es ist in meinem Besitz, aber ich hänge sehr daran. Es ist ein kleines technisches Wunder, das Meisterstück meines Vaters, und es ist das Einzige seiner Art. Ich werde vorsichtig sein und es dir schon bald zurückbringen. Hm, nein, aber ich weiß, was mein Vater in dieser Situation getan hätte. Wenn du deine Aufgabe erfüllst, wenn du all diesen Menschen hilfst, zu überleben, dann werde ich dir das Hexerauge schenken. Ich werde dich gleich selbstständig töten, du verdammtes Arschloch. Biete an, einen automatischen Brunnen zu bauen. Erkundige dich nach der Lagerentwicklung. Ich habe eine tolle Idee. Was würdest du von einem automatischen Brunnen halten? Das würde bestimmt sehr nützlich, aber kannst du so etwas überhaupt bauen? Klar doch. Ich hasse den Typen. Also richtig. Erkundige dich nach der Lagerentwicklung. Ich kann versuchen, es zu erklären. Natürlich bin ich kein Spezialist, aber ich habe davon gelesen. Es gibt da ein paar Mechanismen und Parameter. Stell es dir als schwieriges Spielchen vor. Wenn du es so betrachtest, dann hast du es schon fast geschafft. Der Rest ist reine Logik. Ey, danke. Das muss ich mir jetzt nicht von dir noch erklären lassen. Guck mal. Mehl und so habt ihr alle da. Warum macht ihr dann nichts? Das muss man nicht verstehen. Das muss man nicht verstehen. Jetzt wollen wir erst mal beten gehen. Beten gehen. Beten gehen. Dafür war es noch zu früh. Da kommen wieder die Ausreden. Fürchterlich. Lasst uns beten. Also wird am meisten. Das muss man sie nicht verstehen. Das muss man nicht verstehen. Was hat mit ihr gleich leckt? Was hat ange territorial? Was hat gerne an. Bis nachdem. Denойд facultte. Christie fixiere die Ausreden. Vertical habe es wichtig. Was hat Liebe ist nicht believe. Wenn wir nach dir so sehen. wieso hat jemand gefurzt dieses kuchen hat gefurzt das ist ja das ist ja war da wenigstens euch vertrieben dabei ihr seid auch noch auf ihn zugelaufen jetzt tanzt er darauf auch noch so seite schon mal hier rein hier reingucken was soll noch machen was Dius Lurins Figur hat gepupst Dius Lurins oh wie geil siehst du ich muss noch mit dem bischof quatschen ich habe doch diese aristokraten scheiße da ach man die muss ich immer noch vorzeigen ist ja schlimm hier habe ich nicht so scheiß dinge gepackt auch nicht alter welche verkackte truhe habe ich den scheiße jetzt reingepackt Mann wo ist denn die kann sie eigentlich nur noch bin ich blind schönste was ich jedenfalls zum schluss gesehen habe war meine frau aber trotzdem wo ist das scheiß Ding hin ich hab zu schnell geguckt lol wer trägt der kerle schon eine brille und versieht es nicht ja der müsste jetzt gehen vielleicht habe ich ja Glück na er steht noch er steht noch ich sehe seinen schwammelbauch geschafft ich muss meine gesamte familie und die zehn besten jahre meines lebens opfern um meins zu bekommen und du hast keine schwierigkeiten damit du bist wirklich ein außerordentlicher Mann dankeschön dankeschön die zusage war vom aristokrat vom inquisitor ne wir kriegen ihn noch nicht ich glaube ich habe ihn schon gefragt von wem soll ich den zusagen bekommen ach nö ich vom händler ja das ist nämlich das problem ich muss nämlich den ach nö 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 das ja nö nö jetz piace nö brauche ich ja dann noch vom verkackten händler das heißt ich muss dieses essen machen Das ist scheiße. Scheiße sag ich euch. Das ist richtig scheiße.